Das ist wie ne Gelddruckmaschine. Hi. Na, alles klar, Kid Keller? Chuck, frag ihn einfach. Ach, ich weiß es schon. Du nimmst Pomade statt Haargel. Du musst es mischen, dann geht's. Willst du heute Abend meinen Dad kennenlernen? Na klar. Weißt du was, am besten er packt all seine Chris-Keller-CDs ein, denn für Kid Keller. Gebe ich sogar ne Autogrammstunde. Das wird ein Hammerabend werden. Meine beiden Lieblingsmenschen auf einen Schlag. Verrückt. Hast du nicht drei Lieblingsmenschen? Oh, na klar, meine Mom wird natürlich auch da sein. Er ist ja mein Schatz. Hey. Hey. Okay, wir müssen los. Viel Spaß noch.